Ja, da sind wir wieder, bei meiner Kraft. Haben wir schon geschlafen? Ja, ich bin nicht. Schlafenzeit, schon kommen. Nein, ich bin, ähm, ja. Ich hab letztes Mal versäumt zu schlafen und bin natürlich prompt erschlagen worden von Andermann. Weil meine Ausrüstung ist kacke. Also ich hab nur Eisenausrüstung jetzt und Eisenschwert. Nichts verzaubert und so, gar nichts, kaum noch Punkte. Völlig für den Arsch, weil ich bin auch gespawnt eben halt, wie gesagt. Weggetötet worden von Andermann. Ähm, gespawnt, äh, vom Weihnachtsdorf. Und, äh, ist ein nerviges. Wir gehen wieder rein. Tschüss. Versteigt uns. Kommen wir uns nicht da hin. Also. Hö. Schnell weg, komm, schnell weg, komm, schnell weg. Schnell weg, komm, schnell weg, komm, schnell weg. Aufgelauert, ihr werdet aufgelauert. Da sind sie immer noch. Ihhh, 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 komm, ich seh. Nee, ich bin weg. Ja, äh, ihhh, bitterlich. Verwandtschaft. Trab sich überall rum. Was soll denn das? Geh weg. Geh weg. Geh weg da. So. Oh, meine Fans. Weg ist da. Was ist denn da? Tessie? Hallo? Was ist denn da los? So. Hau ab. Ich werde hier gestalkt. Geh weg. Nein, ich werde hier gestalkt. Geh weg. Ich habe Angst. Die stalken mich hier voll. Hilfe. Also überall die Verwandtschaft. Widerlich. Hö. 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 Ich weiß gar nicht, ich glaub bis zur Wand rangehen ist. Und dann noch so weit runter zu kommen auch. Mal überlegen, wie tief sind wir denn hier? Eins, zwei, drei Blöcke. Dreieinhalb Blöcke. So, die Decke kommen wir da hin. Also eins, zwei, drei Blöcke. Also ist das die richtige Tiefe? Kommt die drüber vor. Ich gucke hier den ganzen Block über mir. Jetzt müsst ihr hier noch mal einen weiter runter. Ja, hier noch einen runter. Und dann so. Dann noch nicht hier und eine Etage. Die Kelleretage rein hier. Rein tiefer noch. Ich muss überlegen, wie weit ich jetzt rüber muss. Die Felder sind. Aber ich geh mal nach Post gucken. Hier soll ja Post zugestellt worden sein. Ich geh mal gucken. Das ist das. Und ich geh wieder rein. Die wird hier gestalkt. Ich bin genervt hier. Schnell weg, ich muss weg. Ich muss hier klopfen. Steine klopfen. Ja, ich fühl mich hier gestalkt von dir. Ich wollte nur einmal mein Bestes. Ich wollte meine Reichtümer. Ich wollte mich mit Klauen umbringen. Wollt ihr mich. So. Wir machen einfach so. Machen wir das hier einfach zu. So. Ihr auch. Hoch. So. So. Ah, so. Weg. Weggemauert. So müssen wir nicht mal auf den Sack gehen. Was haben sie denn da? Oh, wir haben mich beschenkt hier. Aha. Sollen sie das noch nicht tun. Wollen sie ihre eigenen Sachen hier? Halbbarband. Diamantenschwert. Das ist aber teuer. Was macht nicht denn sowas? So ein Blödsinn. Sollen sie ihre Sache für sich behalten? Ah, mein Schänder. Was ist das? Eine Frage von Simon. Simon, nur 70. 50. Ah, der kommt gleich auf den Server drauf. Kann der denn Fragen stellen? Ah, was? Was heißt das? So. Wann ist denn das? Wann ist denn das? So. Ähm. Wann hat er das denn geschrieben? Ich hab doch. Ich hab ihn von Server genommen. Hm. Ähm. Steine sind toll, oder nicht? Die Steine sind toll. caution systemства. Ja, wobei praktisch. Ach. Hier. War nicht praktisch? Doch, war doch gut. Ich schneide ja. Ich mache meine Haustür nicht knackt aus, weil ich nicht mehr will. Warum konnte Simon mir eine Nachricht schreiben? Nein, das war schon vorher. Keine Ahnung. Das war ein Buch, das habe ich jetzt bei mir reingeschaut. Echt? Da war schon lange bei mir schon drin? Da wollte er irgendwie einen Freund auf der Liste haben. Da mache ich natürlich nicht. Simon ist ja auch gesperrt. Da war ich schon lange drauf gewesen. Vor seiner Sperrung. Das ist ja noch irgendwo im Oktober gewesen oder so. Ich habe es so lange in meinem Kasten drin gelassen. Ich habe es gar nicht gelesen. Nachlässig von mir. Wofi? Ähm... Achso, ne, ne, wirst du auch. Wieso? Wieso sollst du deine Sachen nicht hier für mich verschwenden? Nein. Ja, aber dann brauchst du deine Punkte mit und so. Aha. Oh, ist auch zugemacht. So. Was hast du zugemacht? Nein, das war ich nicht. Ja, vorher war es aber nicht. Es ist gleich noch mal hier. War ich nicht? Ja, ich habe es da oben. Die Rüstung hat da. Achso, Rüstung muss... Ich würde mir einen Rüstungsständer machen. Ich trau mir einfach von Simon ein. Brauch' mich ja machen. Die Rüstung habe ich gerade auch neu genommen. Achso. Die Diamante. Achso, aha. Ich brauche neben den Lernständer. Lalalala. Herr Simon, ich trau mir ein hier. Nein, ich bin nur so ein Rüstungsständer, brauche ich eh nicht. Das sind Sachen, das klaue ich nicht. Nein, das nehme ich nicht weg, falls er irgendwann wieder auf den Server kommt. Und Rüstungsständer, das ist auch einfach gemacht, ich habe noch keine Lust einen zu machen. Jetzt nehme ich mich jetzt einfach mal. Mal gucken, was mir jetzt auffällt. Wenn das auffällt, muss ich natürlich einen hinstellen. Wo stelle ich das mal hier hin? Da passt es gut hier hin, öpp. Ja. So. Upp. Upp. Ja. Zack. Zack. Fertig. Ich stehe da jetzt. Ja. Ja. Zack. Zack. Ja. So. Was machen wir denn da? Oh, da muss repariert werden. Das ist das für einer. Halper K1. Reparatur. Bannen. Was haben wir da? Rückstoß 1. Verbannung 1. Schärfe 2. Ich glaube, das ist besser. Man kann sich ja kombinieren. Man muss ja noch mehr Punkte machen. Sieben Angriffsschaden. Was hat der? 8,5 Angriffsschaden. Okay, der hat mir Angriffsschaden. Man kann das mit Ding machen. Meine Punkte reichen, glaube ich, nicht aus dafür. Ich glaube, meine Punkte reichen. Aber ich nehme es mal mit runter in die Werkstatt. Und hier ist noch ein Blankoschwert. Ein Blankoschwert habe ich noch. Hier ist ein Bogen. Dann habe ich eine Falle für. Doch, Falle 31. Falle habe ich auch. Falle habe ich auch. So, okay. Ja. Die liebte Verwandtschafts-Amer. Hier rein. Dann tun wir den Bogen erstmal hier. Ich muss erstmal reparieren. Falle tun wir auch da rein. Ach, die Enderpan wollte ich da rein. Dann tun wir erstmal hier rein. Ich muss gerade los, die wieder hochzuschleppen. Fackeln filmen. Ja, Fackeln machen. Ich brauche Kohle für. Schöne Musik. Episch. Schlepp, hopp. So, jetzt auch noch Eisen. So, Bruchstein. Bruchstein. Bruchstein schmerzt noch mal eine. Dann machen wir Steine draus. Woher wieder welche? Wo kann ich Steine mehr erstellen? Ich bin Steine besorgt. Ich glaube, hinten im Lager haben wir noch welche. Dann können wir auch ernten gehen demnächst. Mal, wenn wir Lust haben. So, Steine. Steine hier. Steine. Steine. Dann machen wir mal. Hört mit. Verbrannte. Oh, wie schade. Wie hast du denn das hingekriegt? Wer hat sich denn verbrannt? Wann hast du dich denn eingezogen? Wann hast du dich denn eingezogen? Lava gefangen hast, ob das geht. Ach, einmal Wasser muss ich mitnehmen. Einmal Wasser noch mitnehmen. So. So. Oldes Tor. Äh, ist ein Nuss für Hundis. So. 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 Weht's zu viele Viecher, ne? So. So. nicht licht auch so verzögert hier ohne die fackel hin sport hier zu viel was ja Das ist definitiv zu dunkel, muss man lichtern. Das braucht mir hier zu viel. Das ist eine fette Spinne. Hallo, Wufi. Wo ist das Essen? Essen für Wufi. Bereithalten. Muss ich selber essen? Nein, wenn ich nicht. Ich bin zu dick genug. Okay. Aua. Was ist das? Hallo? Seid ihr fertig? Zu zweit. Steilett holt ab vom Mund. Kleine Sau. Dankeschön. Brauer Hundi. Willkommen, hier gibt es Essen. Sehr schön. Das ist ein Creeper. Huch. Mein Gott, das ist ja trüftet hier. Also die Mundlandschaft hier. Ja. Machen wir hier die Steine weg. Oh, damit geht es nicht. Oh, ich muss das Essen. Nope. Essen. Richtig. So, wir müssen hier wegmachen. Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Dann müsst ihr noch auf die, äh, bis ein vor den, ähm, Grundstein kommen. So, und? Ah, und. Da, pass auf. Okay. So. Ich muss noch ein paar Hunde züchten. Dann bin ich hier besser, ist es noch fett? Besser fett, alles klar. Okay. Okay. Okay, das ist ein bisschen langweilig, wir klopfen wieder nur Steine. Ja. So, mal schauen. Jetzt haben wir diese Folge online gekommt. Das wird wahrscheinlich, äh, zwei, drei Wochen nach Neujahr sein. Hoch, hier ist es Eisen, das ist gut. Eisen werde ich gebrauchen. So. So. Weg damit. So. Genau. Jetzt hat er nur 40, ist übrigens meine Tochter vergrößern. Na, wegen Verwandte und so. Ja, so. Alles klar, ich spiel noch ein bisschen. Ja, und hab mir die übrigen Geschenke in die Kiste getan. Weil ich gerade vor kurzem meine komplette Ausrüstung verloren habe. Willst du mir ein bisschen helfen. Was soll sie eigentlich gar nicht tun? Kann man das ja eigentlich alles selber besorgen, Stück für Stück halt. Na gut. Aber sieht man das nett. Und, ja. Abweisen brauchen wir das dann nicht. Das ist natürlich auch dann beleidigend. So. Schenke abweisen, weil es ist irgendwie so eine Geringschätzung. Das macht man einfach nicht. Wie aber gesagt, dass es nicht nötig getan hätte. So. Okay, dann lassen wir das hier mal ab alles. Huch. Da hat man Werkzeug hops gegangen. Ein paar Minütchen haben wir noch. Dann reicht das noch für heute. Da haben wir genug Steine geklappt. Huch. Da kann er den Steine ab. Dann reicht das noch nicht damit. So. Das machen wir hier mal schnell weg. Da ist noch ein Loch an der Wand. Das muss man auch noch zumachen. Sehe ich gerade. Huch. Rufi, das schläft mich nicht so. Hier ist noch ein Hügel. Wow. Boah, bin ich geflogen. Alter Schwede. Ich bin gerade am Video aufmachen. Aufmachen toll. Aufnehmen. So. Weiß ich nicht. Ist doch egal. Nö. Geht ja gar nichts. Das ist meine Rüstung. Nein. Oh, schade. Ja. Ich bin gerade schon am Spielen. Ich will das nicht. Wollen wir gucken. Warum? Was bringt dir das? Trinkt dir gar nichts. Was denn? Ja. Was ist nicht? Ich habe nichts drauf. Halbbar kann. Sie schon. Ich bin nicht mal so schnell. Ne. Freut mich aber. So. So. so dass man unten muss ich auch noch mal checken durch den schaden habe schon auch gekriegt und der das unter ja meine fackel stellen so wie das so wie so gut wunderbar die idee da kommt schon jemand angedackel und die was schön weiter weg wird zumindest nicht langweilig nur steine klopfen müssen kämpfen zwischen bürgern jetzt war ich schön weg hier wir haben hier runter das sollen wir doch gar nicht machen sich nach minuten treiben hier fangen ja nicht hier das muss mir also gerade durch hier wo der Kühl hochgegangen ist. Der Bruderfall. Doof. Ganz weg hier. Wir nennen das Loch an der Wand noch einmal zu. Ich bin schon gestört hier, das muss man zusehen, das Loch. So, zack, zu. Ist klar, warte jetzt. Und weg mit dem Meer ist hier. Huch. Und die nächste Spitze, zack, hier. Wir gehen da weg, hier. Ich bin das Boot hier, zack. So. So. Haben wir. Wir sehen die Lichter hier. Das stelle ich jetzt so. Ich sehe hinter mir was bohnt, das ist nicht so schön. Mach ich überhaupt nicht ab. So. Eigentlich hinter allem was bohnt. So. Okay, das war's. So. Ich glaube, da war freudig genug gemacht, oder? Hallo, Wofi. Meinst du dazu, Wofi? Hopla. So. Ich hoffe, die Aufnahme hat so geklappt. Ja, die Musik, die Hintergrundmusik ist hier von The Witcher und Diablo. Was ihr die Musik auch hören haben wollt. Die kriegt ihr halt. Müsste auf den entsprechenden Spieleportalen, wo die Spiegel halt kaufen kann, bestellbar sein. Oder aber Gronkh hat sich alle hochgeladen bei sich auf YouTube. Da könnt ihr sie auch hören. Ohne die Quatsche zwischendurch. Tatsächlich komplette... Komplette Spiel... Spielemusiktitel, so. Ja, oder ihr besorgt euch eine Collected Edition von den Spielen. Da ist in der Regel meistens auch, ähm, in der Musik als Audio-CD dabei. So. Was mich dazu bringt, dass ich noch von DSA die Musik... Ich hoffe, der Schwarze Auge, der Drakensang. So. So. Collector Citizen, Drammer School. Da ist ja auch ein Audio-CD dabei gewesen. Zwei sogar. Und die Spielemusik. Und... Bin ich der Meinung? Ich müsste das jetzt nochmal nachgucken. Und, ähm, ein Hörspiel. So. Das sollte ich dann auch nochmal in eine Playlist reinnehmen. Da meine Musikauswahl sich ein bisschen vergrößert. So. Ja. Und die Spielehersteller zieren sich nicht so sehr mit der Musik, wie es, äh, andere Produzenten tun. Ja. Für Weihnachten musste ich ja extra gezielt Lizenzen kaufen und, äh, CDs erwerben, damit ich die Musik benutzen konnte. Das habe ich hier dann nicht so schwer. Hier habe ich die Erlaubnis, das zu tun zu dürfen. Von, von den Spieleentwicklern hier. Also Publisher, ne? Orgin in dem Fall. Und, ähm, von... Wir haben natürlich klar auch die Erlaubnis holen müssen. Und auch hier, wo passen wir mal, werden hier für die Upload zuständig. Das ist auch Orgin, das ist EA. Okay. Ne, das hier... Schon. Wissen die ja noch? Naja, ihr wisst schon. Ihr wisst das bestimmt besser, wie ich. So. Ich bin ja ohnehin so langsam in einem Alter, wo ich auch mir alles nicht mehr merken muss. Huch. Das war's so. Das war's. Meine Tasche ist voller Stahl und mein Werkzeug ist weg. Und dann machen wir schon mal eine Aufnahmepause, würde ich sagen. Hauen wir. So. Ja. 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 Dann kommt Wuffy. So. Und was rein. Ja. Zack. Alles klar. Braver Hund. Schön. muss ein gate aufgebaut worden so hier rein sich die hunde interessant was soll ich steine wollen wir los wenn ich da bin wir in die kiste wir haben da unsere baustellen kisten hier sicher so aneinander reinschauen so langsam ist voll hier war noch was rein bruchstein 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 steine bei mir so dass der klub ich auch nicht mal hier mit raus hat natürlich so mit haben wir und eisen noch zum einschmelzen auch sehr gut brauchen wir auch nur für zwei spitzhacken drei haben wir verbraucht das ist also nicht um die wirtschaftlich gewesen die runde also noch mal stein dann schmelzen wir hier noch reisen ein hat muss hier noch reisen und macht also holz 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 hier ist klar so ist die gs kann man machen wir drei stück ab und sind wir so gut wieder gerüstet so haben wir sie wieder rein die stück ist packen hier wieder rein hier aber noch bogen gefunden das tun wir auch hier rein mit dem bogen reparieren irgendwann jetzt noch bruchstein bruchstein in der tasche natürlich ist man ja ich habe lust dass sie auszubringen und renner so gleich dran vorbei reisen wieder hier rein holz hier wieder rein das augen die auch erstmal hier ein fechtenholz stufen hier jetzt gerade nicht so dringend ein platz mehr für fichten stufen soll denn das wie schön 200 10 hier ein gehört das ist ja mal blöd da wird immer ein bisschen holz raus und braun hier noch holz und tun die fäden stufen und die tun wir da hinten rein die holzbretter so so okay achso hier die fäden können auch hier an die knochen hier rein noch hier rein das kann mir vielleicht jetzt brauche ich bei mir welche hund mehr verteilt muss er mal feine acht stück kommen hier an hier rein zu schwupp der bogen wieder okay ist aber das war es erstmal für heute und ja ich wünsche euch was bis demnächst euer jocke ciao und